Als erstes mal ein Cyclone Spinner Weht sich auf jeden Fall gut Wow, da müssen wir noch die Schuhe aufpassen Ja, ganz cool So, jetzt war vier auf einmal Gucken wir mal Schön Jetzt kommt ein Slimer von Pyro Biotech Gehen wir mal schnell Okay Okay Oh, da dreht sich noch Oh, da dreht sich noch Cool Jetzt kommt ein dicker Boomer XXL Ja, der schaute gut rein Die Läger sind doch toll Cool Cool Die Läger ist�ig Bist du wieder Ich schlaute Die Witsche Alkohle Ich schlaute Ey, der ist schlaute Jetzt ist das Der Sound ist auch schon geil. Sorry Neymar, es sind noch drei Stück. Der Sound ist auch schon geil. Jetzt kommen die extrem spaßmachenden Zwingz-Volkanus, fangen wir mit einem an. Ok, ja Leute, Kinderfeuerwerk, weißt du Bescheid? Den hat es mal direkt total zerrissen. Krass. Ja, dann mal der nächste, gucken ob der genauso gefährlich ist. Natürlich ziemlich kurz. Zwei Stück. Ich bin ziemlich sicher, dass die Dinger nicht explodieren sollen. Ziemlich sicher. Sollte schon mal ein bisschen Abstand halten, ne? Alter, warum explodieren die denn? Was ist da denn los? Die sollen nicht explodieren. Bis auf, dass die Teile lebensgefährlich sind, ist schon ganz schön. Und obwohl natürlich noch nicht Silvester ist, die Leute antworten sofort. Das finde ich immer so geil. So, Smiley-Maxipack. Eine kleine Fontäne. Gut, sind alles kleine Fontänen. Hoffen wir, dass die Dinger auch direkt explodiert. Ja, sehr schön. Und noch eine Fontäne. Ja, super. Natürlich ziemlich kurzweilig. Aber, geil. Der nächste. Da blüht noch immer was nach von dem Vulkan, die explodiert sind. Ah, Entschuldigung, da sind die Leute am Möllern. Ich war ein bisschen kurz, ne? Binde. Ich war nicht bisher eigentlich die stärkste Fontäne. Gucken, ob die, ob es trotzdem funktioniert. Hoffentlich explodiert sie jetzt nicht in meine Richtung, ey. Ich bin eigentlich gleich schwarzer Autor. Ja, dann kacken und schwarzer Art. Ja, halt. Ich bin ja gleich hier. Du bekommst, doch, es war ja das richtig. Wie ein Randschleuten. Du kannst mir übrigens eine gute Tonleute dänen. Ich hab' da jetzt woher das ist. Ich weiß nicht. Ich hab' da nicht. Ich hab' da gut Sorgen. Und ich hab' das Gefühl. Oh, das ist das Randschleuten. Bitte darauf wetten, dass das hier silberne war. Die weg ist schon wieder weg. Ja, das ist wohl eher der Goldene. Und jetzt habe ich gleich noch zwei Kristallwegen, die muss ich jetzt mal irgendwo ankleben. Draußen sind schon wieder Böller. Das ist echt. Das macht Spaß. Ach, das ist schön. Der sieht gut aus. Wunderbar. Das ist eigentlich eine Handfackel, aber für das Vogelhäuschen geht es auch ganz los. Super. Der war schön. Und jetzt zu guter Letzt der Kristallregen. Gigant. Ich sah wirklich ein Ocolyt. Das war wirklich ein Riesenfall. Geil. Ja. Wow. Und er quallend. Sehr erquallend wichtig. Und das war schön. Ja. Und er ist dort ein Riesenfall. voll cool das war es die bösen geister unvertrieben die untoten bleiben zu hause